Entweder du setzt dich hin oder du gehst raus. Eigentlich wollte ich dir ja was geben und dich fragen. Oh mein Gott, ist das... Ja, ich dachte, bevor uns die Karriere weiter auffrissen, besinnen wir uns mal auf die wichtigen Dinge im Leben. Ist das Bichot, Jacqueline? Ich glaub das nicht. Da reiß ich mir den Arsch auf, um dir dieses Ding hier zu finanzieren und du speist mich mit einem Ring von einer Modeschmuckkette ab? Und bitte, ja, das ist nur die Verpackung. Hier, den Ring, den hab ich selbst gemacht. Verzeihung, könnten Sie und Ihre Frau sich ein wenig zurückhalten? Wir sind nicht verheiratet. Wir sind nicht verheiratet. Zumindest hab ich noch nicht gefragt. Okay, ich versteh's. Nee, Sie verstehen gar nichts! Macht es Ihnen eigentlich Spaß, Zwei-Liebenden ihren wichtigsten Moment im Leben zu zerstören? Ich wollte Sie gerade fragen, ob sie meine Frau werden will. Entschuldigung. Und jetzt? Willst du mich heiraten? Unbedingt. Was ist denn das, Herr? Lass mich los! Lass mich los! Wo bist du so dein Hausküchendes Haus? Lass mich los! Schau dich doch selber an! Ich bin krank, aber du bist als Gehalt entlassen! Oh man! Ich bin krank, aber du hast ihn gebt! Ich bin krank! Ich bin krank, aber du bist alles in Klapp! aurtest mich früh OnePlus Cómo du siehst.... Was ist mir das ist, nochmal verabsch responsibilities? Ich bin krank, aber... Und du bist